Moin, ich bin Miriam und ich bin hauptberuflich Coach für persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Nebenberuflich arbeite ich als Tierkommunikatorin und ehrenamtlich in meinem Hundesportverein als DVG-Trainerin für Turnierhundsport und Gehorsam-Basics für Hunde und Unterorten. Das hier ist meine Hündin Maikyu, mit der ich viel unterwegs bin und da ich in einer Stadt wohne, wo man nicht ganz so viele Tobe-Möglichkeiten hat wie auf dem Land, nutze ich unsere Stadtspaziergänge, um sie mit dem Kopf auszulassen. Da ich immer wieder gefragt werde, wie ich meinen Hunden die Tricks beibringe, die ich auf den Spaziergängen mit ihnen mache, habe ich mir überlegt. Ich mache daraus ein paar Workshops, sodass jeder, egal ob der Hund schon ganz viel kann oder noch gar nichts kann, die Tricks selber lernen kann und sie vielleicht auch einfach umsetzen kann. Nicht nur drin, sondern später draußen beim Spaziergang. Die Workshops sind alle sehr kleinschrittig aufgebaut und es gibt sowohl einzelne Workshops als auch ein großes Gesamtpaket sozusagen. Das nennt sich dann Parcours Spaziergang. Alles weitere findest du in der Webseite von mir, auf der Webseite von mir oder aber auch auf dem Profil bei den Workshops. Die Links dafür sind hier unten. In meiner Freizeit mache ich mit meinem Hund Turnierhundsport. Das ist sozusagen Leichtathletik mit Hund und dort den Combination Speed Cup sehr gerne und den Vierkampf 3. Und ich bastel viel an meinem Auto rum. Ich habe ein Post-Caddy selber ausgebaut und wann immer ich Zeit dafür habe, am Wochenende oder auch in den Urlauben, verbringe ich mit Hund und Caddy viel Zeit auf Reisen. Mehr dazu könnt ihr in den Berichten auf meiner Webseite engelundgummistiefel.de nachlesen. Ich freue mich, wenn ich euch wiedersehe, dich und deinen Hund, in einem meiner Workshops. Tschüss!